Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind hier mit Jesper unterwegs. Und ja, wir müssen mit ihm den kompletten Weg hier nach Norden, dann wieder nach Westen und dann Süden wieder. Also auf Dachhof und Iren. Mit ihm. Das gibt noch einen Spaß, auf jeden Fall. Vor allem da hinten soll ja der Kristallwald sein, deswegen bin ich neugierig, was da genau auf uns zukommt. Vor allem auch, wenn wir einen Begleiter mitmacht haben. Sind wir vielleicht noch in der Lage, hier ein bisschen mehr zu erkunden, kaputzer drauf oder so. Ich bin hier auf, ruf ihn. Und dann, ruf ihn Begleiter auf die Erfahrungsbüte, wenn ich jemanden hören möchte. Und sicher kommt heran und leert die Becher 15 Mal rausgeschält Und die Fangen anzuzählen Einmal nur der Freude Die dann zweimal für das Traum des Lebens Dreimal für die Kälte Die dann mit den Kälte Und die dann mit den Kälte Und die dann bauen Die sonst auf dem Land versauern Händlerschmied und auch der Bart Sehnt sich heute mit Schatten Kämpft der erst mal, werdet er singen Finde ich super Okay, noch ein Vagabund Ich kann mich auf den Magik Brennt im Sonnenfeuer So, was haben wir hier? Friedensklaut Die Silverschmied Ich nehme ihn mal mit Das nehmen wir auch mal mit Haben wir da auch wieder Wundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit Ich warte hier so lange Ah, da bist du ja wieder So, was haben wir hier? Ein Genährungstrank Eine Brezel Nice Groschen, nehmen wir mit Goldbahn, nehmen wir mit Schlösserknacken 10% einfacher Für 60 Sekunden Okay Kinskraut Apropos, was ist das? Skarakstiefel Das ist da wie ein Quest-Item Was ist das? Halimash Apropos, wir müssten mal was essen, würde ich sagen Komm, wir gönnen uns Was gönnen wir uns? Die Kohlsuppe Müsste, glaube ich, reichen Freund oder Feind? Mhm Reisenklaut, okay Freund Was haben wir denn hier? Schnee Schneefels-Tabelle Und hier haben wir einen Geraden Also die scheinen hier Freundlich, friedliebend zu sein Ich finde das interessant jetzt Jetzt eine gute Pfeife Wir hatten gerade Friedensklaut gefunden Ja, hätte es dir was nehmen können Was mit dir? Getrunkener Gast Bleib bitte auf Apropos dann hier Gehen wir mal rein Ich kenne die gar nicht Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit Ich warte hier so lange Keine Ahnung Aber ich habe getan, was ihr wolltet Also, wo ist mein Geld? Hier Danke für eure Dienste Gerne doch Die Spuren, die wir hinterlassen Esme? Kennen wir uns? Äh, noch nichts Ich bin Lucy Aha Esme Esme, ja leal Kann ich euch irgendwie helfen? Ich kenne euch doch aus eurem Äh, aus dem Trailer von Enderal Was? Ach, das Eine weitere Pleite, würde ich sagen Hm Aber das soll nicht eure Sorge sein Äh, vielleicht kann ich ja helfen Helfen? Hm Sehr nobel von euch Warum? Äh, kein bestemter Grund Äh Komm, kein bestemter Grund Hm Man sieht Hilfsbereitschaft dieser Tage selten Vor allem als Rumtreiber Rumtreiber? Ach, einerlei Ich will nicht die Klagen der Eterna spielen Dieses Land hier ist um Längen besser als Nerim oder Aratial Erzähl mir doch, worum es geht Hm Gegenvorschlag Ihr setzt euch erstmal zu mir und wir spielen ein paar Runden Schlacht um Triuma Dann sehen wir weiter Und falls eine Zusammenarbeit zustande kommt, zahle ich auch Erwartet keine Reichtümer, aber genug, dass es sich für euch lohnt Okay, einfach schon Na dann Wird Zweimal mit, bitte Teilt ihr aus? Äh, gern Schlacht um Triuma mit Esmus spielen Äh, bestimmt euren Einsatz Was macht Ja, komm Äh Esmus Einsatz 83 Okay Ähm Der Piste Der Sera Der Wolf Wollt ihr die Würfel werfen, um die Stärke eures Stoßdruck zu verstärken? Dies zu tun kostet euch 36 Broschen, die direkt an eure Gegenspieler gehen ab Äh, stärke euren Stoßdruck, 16 Stärke eures Stoßdruck, 19 Ich hab die Runde verloren Erstmal gewinnt 163 Broschen Was? Gut Ich hatte aber auch Glück Los, noch eine Da geht noch mehr Was? Was? Ähm Hoppala So, ähm Na komm, machen wir Ähm Ich rach das Spiel nicht Der Erstarte Der Erstarte Der Piste Der Leor Gewürfel werfen, würde ich mal machen Äh, ihr habt die Stärke eures Stoßdruck von 9 Punkten verstärkt, eure Stärke beträgt nun 23 Punkte Die Spinne Der Schütze Und, äh, die Ratte Erstmiss Stoßdruck weiß ein Stärke von 11 Punkten Glückwunsch, euer Stoßdruck schlägt Erstmiss Bündnis, ihr habt 203 Broschen gewonnen Gleichstand Hm, nicht schlecht Aber schön mal wieder zu spielen Ich bin richtig aus der Übung gekommen Ich Also, wie sieht's aus? Steht euer Angebot noch? Um ehrlich zu sein, bin ich dankbar, um jedes bisschen Hilfe, das ich kriege Und, wie gesagt, ich kann zahlen Äh Ja, das Angebot steht, worum geht es? Ich suche jemanden Aber reden wir bei meinem Lager in Ordnung Elrond braucht Futter und ich habe ihn schon viel zu lange allein gelassen Elrond? Mein Leor Ah, okay Ihr habt ein Lager in der Nähe? Sowas in der Art Kommt Mhm Äh, ja, sagt an, wohin Du kommst mit, Jesper? Was habe ich hier jetzt angenommen? Ach, hier, das hier Da wären wir Und ja, darin wohne ich Macht ihr doch schon mal ein Feuer Ich kümmere mich um Elrond Feuer entfassen? Danke Also, ich fasse mich kurz Äh, wie lange seid ihr schon hier? Seit einem Mond Ich bin mit einem Handelsschiff aus Kile gekommen Interessant Ich bin auch Fremdländer Aus Nerem Nerem? Oh je Kann verstehen, warum ihr geflohen seid Aber stimmt, ihr habt einen leichten Akzent Verstehe Und ihr denkt, sie ist hier auf Indera? Naja Ich habe vor einer Weile einen Brief bekommen Damals war ich noch bei meinem Clan Vor ohne Jahr Der Brief kam mit einem Myradenkurier Was mehr als nur ungewöhnlich war Tara war auch Spielmannsfrau Und Geld war in unseren Kreisen noch nie viel da Euer Clan? Spielmannstruppen Gaukler Die wenigsten fahrenden Eterna reisen allein Und wie, äh, was stand in diesem Brief? Dass Dass sie etwas vor hat Etwas verdammt Unvernünftiges Wenn ich euch helfen soll, sie zu finden Müsst ihr mir schon genauer, äh Müsst ihr mir schon genauer werden Was hatte sie vor? Ich Tara Sie war schon immer schwierig, wisst ihr In sich gekehrt Verschlossen Wenn man sie nicht kannte, wäre es leicht gewesen Sie als arrogant abzustempeln Boah, die Musik wird gerade noch Nochmal richtig schön Aber dann noch habt ihr euch in sie verliebt Ja Trotzdem Wahrscheinlich, weil ich ziemlich früh gemerkt habe Dass dieses Gebaren nur Selbstschutz war Unter dieser Schicht war sie Besonders Ein unfassbar lebenswerter Mensch Aber wie auch immer Worauf ich hinaus wollte ist Dass Tara schon immer Schwierigkeiten damit hatte Glücklich zu sein Sie hatte viel Mist erlebt Und das hat sie irgendwie Gebrochen Es war, als gäbe es da diesen schwarzen Nebel Der sie Tag für Tag aufs Neue überkam Mal war es erträglich Mal war es so schlimm Dass sie den ganzen Tag ihr Zelt nicht verlassen konnte Und was hat sie erlebt? Unwichtig Und ich nehme an, ihr Schwermut hatte mit eurer Trennung zu tun? Teilweise, ja Aber es ist etwas passiert Vor ungefähr zwei Jahren Wir hatten gerade einen langen Auftritt hinter uns gehabt Auf einer Art Ball Tara ging in der Menge verloren Und als wir uns wiederfanden Hatte sie einen Gesichtsausdruck Als wären ihr eben die sieben Lichtgeborenen erschienen Sie war Wie hypnotisiert Was ist passiert? Sie hatte eine Frau getroffen Sie war wie der Rest der Gäste auf dem Ball maskiert gewesen Und hatte Tara gleich nach dem Auftritt angesprochen Und Wie soll ich es sagen? Die Frau erzählte ihr, dass sie eine Lösung für Taras Problem hätte Alter, ist die Musik gerade extra für diese Szene hier gemacht worden? Oder Ich merke gerade innerlich, wie ich auch emotional wäre Wo war das richtig? Ich weiß es nicht Ich habe sie nicht gesehen Aber laut Tara trug sie eine weiße Robe mit Kapuze Oder war es eine graue? Ich bin mir nicht sicher Eine Lösung für ihr Problem? Ja Ich hatte das Ganze schon bald wieder vergessen Und ich dachte Tara auch Aber Nun ja Laut dem Brief, den ich ein paar Monate nach der Trennung bekommen habe Lag ich falsch Dieses Gespräch hat sie wohl nie wieder losgelassen Nie Also ist sie auf Enderall, um den Spuren dieser Frau nachzugehen Weil sie eine Lösung für ihren Schwermut kannte? Ja Und die Art und Weise, wie dieser Brief formuliert war Hat mir Angst gemacht Weil es so endgültig klingt Ich weiß auch nicht Vermutlich ist es Irrsinn, dass ich überhaupt hier bin Ich meine, sie ist eine erwachsene Frau Und sie muss selbst wissen, was sie tut Aber trotzdem Als ich das gelesen hatte Alles in mir hat sich zu sträuben begonnen Als seht ihr einen Menschen, der euch einmal alles bedeutet hat Dabei zu, wie er auf den Abgrund zuläuft Ich bin gerade Ich bin gerade ein bisschen sprachlos Ich weiß nicht, was ich sagen soll Vor allem Wir sind gerade am Anfang der Folge Und schon sowas Diebes Und Äh Es ist möglich, dass ich dieser Frau schon einmal begegnet bin Dürfte ich diesen Brief vielleicht sehen? Es könnte helfen Sehen? Ich Ich weiß gerade nicht, wo ich ihn habe Später vielleicht Schwieriges Thema Ich würde ungern darüber sprechen Es ist möglich, dass ich dieser Frau schon einmal begegnet bin Was? Wann? Wie? Wir sind als blüde Passagiere nach Enra gekommen Die Frau war auch auf dem Schiff Und hat uns verraten Ein Freund ist daraufhin hingekriegt Wie? Hinge Beim Namen der Sonne Das Das tut mir leid Und wer ist sie? Habt ihr eine Vermutung? Wir glauben, dass sie in etwas Größeres bewegt ist Das hier gerade geschieht Etwas Größeres? Verstehe Dann meint ihr vermutlich den roten Wahnsinn, oder? Wie auch immer Ich schätze, die großen Fragen müssen warten Zuerst müssen wir Tara finden Und ihr habt schon irgendwelche braubaren Kuh? Nur eine Und laut diesem Söldner, mit dem ich in der Taverne gesprochen habe Führt diese ins Nichts Auch wenn ich das Gefühl nicht loswerde, dass er bei der Arbeit geschlammt hat Bevor wir das weiterführen Wie viel Zeit? Gut Mein einziger Anhaltspunkt ist der Name des Schiffes, auf dem Tara von Kile aus übersetzte Morgentau Ein Handelsschiff, dessen Besatzung wahnwitzig genug war, trotz der Kriege das Rote Meer zu befahren Als ich hier ankam, war die Morgentau angeblich erst vor kurzem wieder ausgelaufen Und ich konnte niemanden finden, der einen Hinweis auf Tara gehabt haben könnte Morgentau, so hieß doch das Schiff, auf dem ich vor kurzem nacheinander gereist bin Tatsächlich? Dann habt ihr Tara gesehen? Leider nicht, ich war als blinde Passagier an Bord Was wisst ihr über den Verbleib der Morgentau? Laut dem Söldner ist das Schiff auf einen Eisberg im Norden aufgelaufen und gesunken Mit etwas Glück können wir in der Kabine der Kapitäne noch was finden, das uns weiterhelfen könnte Ein Logbuch, eine Passagierliste, irgendetwas Hier, ich markiere euch die Position auf der Karte Es ist die einzige Chance, die wir haben An sich finde ich super, dass das Schiff hier untergegangen ist Ist, dass mich und unseren Freund da, damals, dessen Namen ich vergessen habe Aber wir kennen ihn schon sehr lange, sehr gut, ist unser bester Freund, dessen Namen ich einfach nicht mehr kenne Und dass das Schiff untergegangen ist Aber, ich fahre für sie, wenn Tara noch drauf war Gut, dann werde ich mir dieses Schiff mal ansprechen Danke Wie wär's, wollt ihr noch einen Schluck warmen Gewürzwein, bevor ihr aufbricht? Eterner Spezialität Ja, gerne Gut, einen Moment Okay Esme, äh, Jesper Wir müssen dieser Frau helfen Ich will wissen, was mit dem Schiff passiert ist Äh, die Spuren, äh, die wir hinterlassen haben Wo genau befindet sich das? Okay Jesper, äh, warte mal Hier entlang Oh, die Musik Jetzt, die haben die Musik Jetzt, die haben die Musik Okay, ich bin hier jetzt... Alter, was? So, das ist er. Ja, der Kristallwald. Irgendwie schön, oder? Ja. Der Tempel ist nur noch ein kleines Stück von hier. Die Kommandantin der Garde nannte diesen Tempel den lebenden Tempel. Was meint sie denn damit? Das ist eine alte Sage. Es heißt, dieser Tempel hat eine Art Bewusstsein. Das soll auch der Grund für die seltsame Vegetation und den immerwährenden Winter hier sein. Okay, gut, dann mal los. Äh, beendet mit Jesper Sprengelter. Wie geil. Aber wir gehen noch nie zu Konstantin. Der kann warten. Ich will jetzt... Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit. Ich warte hier so lange. Ich dachte, du kannst... Ah, da bist du ja wieder. Hm. Ah, da bist du ja wieder. Fertig? Gut, dann lass uns weiter. Kommst du nicht mit? Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit. Ich warte hier so lange. Wie jetzt? Du kommst jetzt nicht mit? Jesper, ich dachte... Gut, äh... Dann machen wir das später. Ey, ich bin jetzt aber auch sehr dankbar, dass ich hier in dem Wald, in dem Kristallwald... in der Nacht... Ähm... Jesper, siehst du das, was ich auch sehe? Ich sehe es gleich zweimal. Und ich glaube nicht, dass ich betrunken bin. Kristall-Elementat. Okay, der haut zu Jesper zurück. Die haben nichts. Äh, wie nahm du jetzt noch an mich ran? Jesper? Hm. Äh, so. Angeifen. Hä? 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 Ah, schön. So, wir müssen jetzt aber was essen wieder. Äh, Kohlsuppe. Dann ist noch ein... Noch ein Eisgeist. Oh Gott, wir müssen uns das halbieren. Alter! Der ist bei der Schlachter von, oder? Okay, kann man nicht umgehen? Kunde klein, ja. Okay, wow. Der ist am Kappler zu Ende. Ja. Äh, jetzt muss ich äh... Das. Das. Das nochmal nehmen. Hier wird der Kristall rein. Jesper? Du... Du bist in Ordnung, ne? Ektoplats, ne? Und Kristall im Tag. Äh... Vielleicht speichere ich einmal. Und du siehst du... Jetzt eine gute Pfeife. Ja, die kannst du dir nachher würden. Und du siehst du... Jetzt eine gute Pfeife. Ja, die kannst du dir nachher würden. Wunderschön und doch so gefährlich. Und Konstantin hat das alles, diese ganzen Wegchen überstanden, ohne angegriffen zu werden. Na sowas, das ging ja schneller als erwartet. Habt ihr den Stein? Äh, ja. Äh, zeig mal. Hm, ja. Sehr gut, das ist er. Dann ist es wohl nun an der Zeit, dass ich euch beiden ein paar Dinge über den Tempel erzähle. Vielleicht kennt ihr die endraleische Legende von diesem Ort. Es heißt, dieser Tempel sei lebendig und der ganze Wald um ihn herum ist sozusagen ein Sinnesorgan von ihm. Hört die Stimmen im Kristall, hört sein Weinen in den Blättern, bla bla, ihr wisst, was ich meine. Zwar sind die meisten dieser Legenden abergläubischer Unfug, aber diese hat einen wahren Kern. Der Tempel hat tatsächlich so etwas ähnliches wie ein Bewusstsein. Das hat aber weniger mit irgendeinem selbstmordgefährdeten Liebhaber zu tun, als mit einem pyräischen Verteidigungsmechanismus, dem steinernen Herz. Und dieses steinerne Herz macht den Tempel was lebendig? Wie soll das funktionieren? Indem es den Pyräern erlaubte, etwas Immaterielles mit einem menschlichen Bewusstsein zu verbinden. Das muss nicht einmal ein ganzes Gebäude sein, ein Gegenstand tut es auch. Die Gebundenen, wie man die Menschen, die verbunden wurden, nannte, litten während des Rituals zwar furchtbare Schmerzen, verloren ihren Körper, aber erlangten, je nachdem mit was sie verbunden wurden, Unsterblichkeit. Na immerhin. Es ist ein schrecklicher Schicksal, ja. Aber mit dem passenden religiösen Gesülze kann man Menschen ja bekannterweise zu allerlei Unsinn bewegen. Diese Bindungsrituale waren aber unüblich. Nicht, dass er jetzt denkt, jeder zweite Pyräer hatte einen Verwandten in seinem Kochlöffel stecken. Nur einige wenige Arkanisten der Ischian, einer der herrschenden Priesterkasten, waren in der Lage sie auszuführen, um Klares Inal zu sprechen. Es gab sehr wenige gebundene Orte oder Gegenstände. Der Tempel ist einer davon. Das soll heißen, in diesem Tempel ruft das Bewusstsein eines Pyräers? Ach, das ist rot, bezweifle ich. Den Untergang seiner eigenen Zivilisation miterlebt zu haben und seit hier für mehrere tausend Jahre blöd in der Gegend rumzustehen, hat vermutlich einen weniger positiven Effekt auf den Verstand eines Menschen. Aber wir werden sehen. Setz den Kristall in den Sockel dort ein. In welchen Sockel? Den Sockel? Äh, tatsächlich. Perfekt. Dann mal los. Haltet eure Waffen bereit. Die Unterbahn befindet sich auf der tiefsten Ebene, wenn Lushishis Theorien stimmen. Okay. Äh, da ist ein Mammut. Ein schwebendes Mammut. Konstantin? Ich bleib hinter dir, ja? Eine Frage, Miss Herr Funkenschlag. Warum eigentlich ich? Warum was, ihr? Das ist jetzt das dritte Mal, dass ihr mich anheuert und mein Sold ist nicht gerade niedrig. Wieso? Ach, was wollt ihr hören? Eine Liebeserklärung? Ihr seid ein Saufbold und ein Strauchdieb. Aber ihr erledigt, was man euch auftragt. Und das gewissenhaft. Der Tag, an dem ich mein Vertrauen in eines dieser Götterlämmer stecke, ist der Tag, an dem ich nackt durch die Oberstadt Tanze und Loblieder auf die Lichtgeborenen singe. Das wäre doch mal ein erfrischender Anblick. Nee. Ja, da bin ich mir sicher. Jetzt haltet den Mund. Wir müssen dem Tempel zumindest nicht entgegenschreien, wo er die nächste Fallgrube öffnen muss. Ich bin neugierig. Erstmal geht es auch da rein. Der lebende Tempel. Handwerkspunkt, ja. Ähm. Ich sehe da schon ein paar Untote. Ja, die Töne. Ja. Könnt ihr nicht einfach umfallen? Ihr macht es doch mühselig. Hm. So, was hat er? Ne Runenschlachtacht. Äh, Runenschlachtacht. Runenpfeile. Runenbogen. Die könnten die mitnehmen jetzt. Können ja... Können ja noch nur mitnehmen. Die gehen schon vor. Okay. Ne, die warten auf mich. Gut, ich kann hier looten. Wenn die warten. Ich darf jetzt nur nicht zu nah an die... ...blauen Kristalle. Ich kann hier nicht looten. Okay. Waren das nicht vier? Da kannst du nicht hier oben noch einen erledigt? Äh. Wie nah willst du da sein? Nein, 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 nein. Wir nutzen mal den Bogen. Wir nutzen mal die Dinger, die nicht vor allem. Ah! Sieh! Ich muss mir eine Bedeutung geben. Ich muss mir etwas verbleiben. Dann kommt der Geruch zurück. Ja! Hier ist ihnen nur noch einer. Alter Eigenfall. Blutrecht-Mitex. Diesmal. Ach, da hinten. So. Nehmen wir mit. Hier gab es noch einen. Da. Ich bin da hingegangen. Okay. Und jetzt? Ich bin da. 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 alle gleichzeitig drauf. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Und jetzt weißt. Und da. Ich bin da. Ich bin da. Ich weiß jetzt nicht aber wie sinnvoll. Oder wie gut wir jetzt gegen wie. ankommen. Ohje. Ja! Wow, ich spreng sie wirklich alles. Ich glaube, diese Art sind die erstmalig. Die ist aber auch verdammt tief gefallen. Wäre ich da jetzt runtergefallen, wäre es vorbei mit mir. So, kann ich die looten? Die haben nur Feuersalze, okay. So, vielleicht nochmal... Heilt euch um 11 Punkte in dem Symmalien? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Schale eines alten Volkes. Control. Die Groschen nehmen wir mit. Genesungskrank. Werden wir noch einiges brauchen von. Pfeile. Perfekt. Ein Bett. Ah, hier könnten wir uns... Oh, noch ein Penisungskrank. Noch eins. Der Zauberbrecher. Der Zauberbrecher. Nice. Das heißt, das speichern wird. Dann ist das... Hilfreich gegen... Dessen Magie. Ich hoffe. Also ich hoffe, dass das hier genauso hilft wie in Skyrim. Oder besser hilft. Gut, dass ich da erstmal hingelaufen bin. Wenn ich da habe... Ah, jex nicht. Mann, Apils. Mein... Nyaaahhh... Ja, okay. Wenigstens habe ich gespeichert, als ich da den Schild noch hatte. Ich hatte es versucht gehabt zu springen und einer war da tot. Also... Das sind nicht in der Lage hin zum Kompetenabdekt. Auslisten. Ich habe die Brille in ein Schild. Ich habe die Karts in die Karte und nicht mehr ihre Gebärdekten. Jetzt ist es einen Schild. Ich habe die Verteilung in der Karte und jetzt eine Karte. Es muss ich die Karte. Ich habe die Karte. Mach-fil-A-T-A-T-A-T-A-T. Und die haben noch eine Versteigerung gemacht. Jetzt verlieren die mich. Und die haben noch eine Versteigerung gemacht. 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 Knochenmehl brauchen wir nicht. Der ist leer, der ist leer. Und die haben noch eine Versteigerung gemacht. Okay. 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 Hier duft mich nicht mehr treffen. Okay. Okay. Da sind irgendwelche Kistalle, die auf mich schießen. Kann ich hier vielleicht noch weiter runter? Automatisch speichern. Ja. Super. Leitern hier entlang? Leitern hier. Leitern hier. Leitern hier. Leitern hier. Ne. Da sind die drei Kistalle. können wir noch mitnehmen. Stechpalme. Nein. Halt schon. Ich wollte ja jetzt abrücken zuerst. Okay, da ist nichts drin. Kamposia. Perfekt. Haben Sie hier Seelenstein. Eisenschwert. Das Set von Selna. Selna Smart. Ist so eins schlechter als meins. Was ich gerade hatte. Von den Sternen liegen. Aber hier muss ich anscheinend nichts drin. Schade. Das heißt, ich muss schon zu den anderen da. Das heißt, das will ich speichern. Das heißt, ich muss bereits mehr losigen. Das ist das. Ich kann mir die nichts drin. Ich kann mir das alles drin. Das ist ja mein das ist nicht. Ich kann mir das nichts drin. Ich kann mir das nicht drin. Doch, den einen habe ich jetzt getroffen. So, ist jetzt nur der da. Ja. Speichern. Wenn wir jetzt beide losgebrochen sind, endlich. Sogar gefüllte Seelensteine. Okay, das führt zu dem hier. Ne, wir können da nicht rüberspringen. Ich mach den lieber... Erstmal zu, geh mal hier hin. Vielleicht kann ich die auch von hier aus irgendwie treffen. Ich hoffe, die ist nicht in der Lage, mich von der Ferne anzugreifen. Um... Nein. Okay, aber wir können so angreifen. Ohne, dass die uns probierte Probleme kommt. Kommt ja nicht. Doch. So. Da haben wir noch einen irgendein. Ist zwar feige, wie ich das mache, aber... Anders würde ich glaube nicht überleben. Okay. So haben wir alle. Und ich kriege gerade... Wir müssen wieder was futtern. Wir müssen mehr Brezel kaufen. Wir müssen mehr Brezel kaufen. Und eine andere Seite. Asche. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Leos. Und... Ciao! Ich bin's. Ich bin's. Wauw! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020